Hey, der hat angefangen! Der da! Das stimmt doch gar nicht! Ist egal, ich bin ewig stärker als du! Ich wette, jeder, der mit Kindern zu tun hat, kennt solche Situationen. Ruckzuck sind Kinder zum Beispiel auf dem Schulhof mittendrin in einem Streit. Und es ist gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Aber dabei könnten die Konfliktlotsen helfen. Also ich wollte zuerst Konfliktlotser werden, weil es Spaß macht, Kindern zu helfen und Streite zu lösen. Streitende gelernt sein. Das ist nicht nur gut für einen entspannteren Schulalltag, sondern fürs ganze Lernen. Ja, auch für ein friedliches Miteinander. Die Bildungskampagne Kinder beflügeln unterstützt Schulen bei der Ausbildung von Konfliktlotsen. Manche denken so, wenn Erwachsene zum Beispiel die Lehrer das klären, dass die dann Ärger bekommen. Und wenn die so mit Kindern reden, dann denken die so als Freunde und denken dann, das ist besser, weil Kinder vielleicht Kinder besser verstehen. Das ist perfekt. Kinder lernen sich selbst zu helfen. Sie verstehen, wie Konflikte entstehen und vor allem, wie sie sie begleiten und wie sie sie lösen können. Ich bin total locker geworden. Weil früher würde mich nur einmal schief angucken, hätte ich gleich, bin ehrlich, gleich zugehauen. Weil ich war früher immer so, mir durfte man nichts sagen oder mich böse angucken. Weil seitdem ich hier bin, hat sich alles geändert. Kinder beflügeln wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Und hier sind wir gefragt. Fördern Sie gemeinsam mit mir, Grundschülerinnen, und ganz praktisch die Vermittlung von Werten wie Freundlichkeit, Respekt, Hilfsbereitschaft, Wertschätzung, Gesprächsbereitschaft. Lassen Sie uns zusammen die Ausbildung von 100 Konfliktlotsen ermöglichen. Ich sag schon mal Dankeschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017